Hallo Leute, wir sind heute auf dem Bauernhof. Alle Tiere sind in Ordnung, nur eins ist böse. Denn es findet sich so lässig und so obertoll und es quasselt allen anderen die Ohren voll. Das Rap nun. Das Rap nun. Das Rap nun. Das Rap nun. Ja, ich rappe so toll und ich bin gut drauf. Und beim Rappen hab ich immer eine Mütze auf. Und es gammelt auf der Leiter oder im Gesträuch und es kommt aus seinem Schnabel immer dummes Zeug. Und die anderen Tiere kriegen dieses Dupfe-Gefühl, wo die grauen Zellen fehlen, ja, da quatscht man viel. Das Rap nun. Das Rap nun. Das Rap nun. Das Rap nun. Ja, ich rappe so toll und ich bin gut drauf. Und beim Rappen hab ich immer eine Mütze auf. Und es redet und es redet und es hört nie auf. Und der Bauer, der wird sauer und der regt sich auf. Und die Kühe haben Mühe und sie machen muh. Und inzwischen halten alle sich die Oberzug. Das Rap nun. 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 Untertitelung des ZDF, 2020